Yo, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bringe auch mal wieder was. Die Begrüßung sag ich irgendwie jedes Mal. Wir sind schon mitten im Spielgeschehen. Damn, das war ein nicest Goal, würde ich sagen. Und ja, heute gibt's mal wieder ein Video. Und zwar spiel ich Rocket League, denn ich hab ein paar Sachen anzusprechen. Und währenddessen spiel ich halt jetzt ein bisschen. Und zwar werde ich versuchen in nächster Zeit wieder mehr Videos zu machen. Ja, versuchen. Nichts versprochen. Ich hab auch schon ein Video angenommen, was gar nichts zu tun hat mit dem... Alter, ah mate, fast. Das gar nichts zu tun hat mit dem, was es sonst immer auf meinem Kanal gibt. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Das sind nur halt ein paar kleine Aufnahmen. Ach, das war jetzt aber kein Eigentor, hoffe ich. Wir schauen rein. Das war ein Eigentor. Scheiße. Auf jeden Fall hab ich was aufgenommen, das wird's auch in nächster Zeit geben. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum nimmt der jetzt auf einmal auf? Der hat doch acht Monate lang nichts gemacht. Ey. Jetzt werden wir richtig destroyed. Ich hatte einfach mal Bock. Denn zur Zeit bin ich wieder sehr motiviert. Unter anderem auch wegen ein paar YouTube-Kollegen von früher, die es heute noch machen. Grüße gehen raus. Ihr alle könnt euch angesprochen fühlen. Longshot! Nein! Alter, wer der rein. Auf jeden Fall hab ich halt zur Zeit einfach mal wieder Bock und bin motiviert. Aber es wird nicht immer was kommen, da ich ja noch Schule hab, neunte Klasse jetzt. Da muss ich mich nämlich langsam bewerben. Weswegen ich nicht so viel Zeit hab dann für YouTube. Ja. Lieber ein paar Videos als keine, würde ich sagen. Und das ist jetzt schon mein dritter Aufnahmeversuch, weil immer hab ich was mit dem Ton oder mit dem Bild verkackt. Ich hoffe, der klappt jetzt. Ihr werdet's ja sehen. Also falls ihr das Video sehen würdet, hat's geklappt. Okay, sag mal so. Und jo, das war eigentlich alles, was ich ansprechen wollte. Dass es halt ein paar Videos jetzt wieder geben wird. Ich habe unter anderem auch noch meinen Urlaubsvlog, der noch immer nicht oben ist, den ich im August aufgenommen hab. Aber das Problem war einfach, ich hab's nicht gerafft, die von meiner Kamera und vom Handy auf, ähm, auf dem Bildschirm zu ziehen. Und dann hab ich halt einmal das versucht und hab dann aufgegeben gleich. Hopp, ja! Geh mal nochmal, Jungs. Gemma, Gemma. Hopp, noch 40 Sekunden, das schaffen wir. Vielleicht wird's auf jeden Fall den Vlog auch noch geben. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich sag die ganze Zeit auf jeden Fall. Ich bin schon wieder mitten drin, ey. Lol. Nee. Ach, Mann. Scheiße. Das ist eigentlich alles, was ich ansprechen wollte. Vielleicht sind ja noch ein paar Aktive von der alten Community dabei. Die das auch feiern, was ich hier mach. Alles ob. Was ein Goal. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, was ich spielen soll. Ich bin da offen. Ich hab nämlich noch ein paar andere Games. Lol. Nee. Nein. Mann, bin ich behindert. Ich hätte es für mein Team machen können. Ich hätte es machen können. Scheiße. Und jetzt macht er es noch. Ja, haben wir halt verloren. Also Horror-Spiele hätte ich gerne Bock mal zu let's playen. Ich würde halt eure Meinung wissen wollen. Was ihr dazu haltet. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon. Ich hoffe, euch gefallen diese Information. Also jetzt ein bisschen mehr kommen wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein bis rein. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.